Alter Mann! HD! Toll! Ja noch gar nicht mein Karl-Heinz ausgewählt. Das möchten wir schnell machen. Ich nehm... Welchen hatte ich denn noch nicht? Den ersten. Den Engineer. Was macht der alles? Ach, du hast den Engineer. Ich hab den Engineer. Ach, wollte ich noch mal den Schüler wieder nehmen. Bisschen Fahrt nicht alle ausprobieren. Ja nö, nur noch mal den Gunner. Ich glaub der steht zu mir. Du leppest die Charaktere auch auf. Wenn man immer den gleichen nimmt. Alles klar. Okay geh rein. Ich mach die Ansage. Drei, zwei, eins. Hey Leute! Hier ist der Aldemar mit dem Heisenberg. Und wir spielen eine weitere Folge Deep Rock Galactic Danger Darkness and Wraths. Mission ausgewählt. Und wir liegen los. Ich hab ne Gatling an. Lost Overhang. Die Gatling. Also nicht ne Vulkan, sondern die sind bei den... Die sind bei den Vulkanen. Ob das ne gute Idee war. Wir haben immer diesen Panzer. Das weiß ich aus Arma. Und das stinkt? Nee, das... Noch dicker? Nee, ich glaub die haben was dickeres. Ach das ist ne Vulkan. Echt? Ich dachte ich mit meinen Arma-Kenntnissen, aber okay. Nee, soweit ich weiß ist das dickeres Gefühls. Ich glaub ich. Da hab das Teil immer geliebt bei Arma. Oh, ja. Aber jetzt sind wir nicht bei Arma, sondern bei Deep... Deep Rock, genau. Deep Rock. Oh, Moment. Hey, mich auch greifen. Jetzt machen wir einfach. Oh man, Heisenberg. Machen nochmal die Ansage. Halt, ich muss... Moment, ganz kurz. Hey Leute! Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Gut, jetzt. Hey Leute! Hier ist der Aldemar mit dem Heisenberg. Wir machen eine weitere Runde. Deep Rock, Galactic, Dwarfs und so weiter. Hallöchen, ja. Falls sich jemand fragt, warum wir schon hier unten sind. Äh, ich hab mal wieder vergessen Knöpfchen zu drücken und... Hm? Das ist ja das erste Mal. Aber jetzt läuft's. Oh, krass. Guck mal. Oh, hier ist es hübsch. Warum liegt hier Gras? Warum liegt hier Gras? Das ist ja ganz... Das ist ja ganz interessant. Warum liegt hier Stroh? Bäm. Ich hab jetzt ne Gaitling. Ach, krass, tatsächlich. Mal kurz testen. Ne Gaitling? Ui. F. Hast du noch irgendwie... Drück mal F. Was hast du denn für... für Lichtquellen? Die üblichen. Würde ich mal behaupten. Oh, das geht auch. Gut. Ach, da um ist... Oh, wie soll ich denn jetzt da hochkommen hier? Ja, wir haben... Wir haben... nicht. Das ist eigentlich der Typ da mit dem Bagger. Also mit der... Ja, mit dem Bagger. Und der ist eigentlich am besten. Weil dann muss man am Schluss nicht jedes Mal das Raumschiff suchen. Sondern kann sich halt durchbackern. Das hat schon was. Aber wir wollten jetzt mal alle Männchen testen. Und... Ah, okay. Ne, ich bleib jetzt beim Ingenieur. Ich wechsle nicht mehr. Ach, das war Kollege. Ähm, ich werde jetzt den hier mal noch testen. Und sonst... Also im Moment liegt meine Wahl schon bei dem mit dem Bohrer. Weil ich find's ganz angenehm, am Schluss nicht riesen Stress zu haben. Ja, äh, wer weiß, ne? Wer weiß, ob wir irgendwann eine Viererrunde haben. Das ist ganz gut, wenn man sich mit seinem Charakter eingespielt hat. Ja, ja, eh. Also ich würde das schon gerne mit vier Leuten mal sagen. Das ist bestimmt cool. Aber mit Leuten halt, äh... Ja, ja. Jemand kennt. Nicht so wie beim letzten Mal. Ja. Oder einfach Leute reinjoinen. Das waren wildfremde Leute, weil wir eben das Passwort... Wollte grad sagen, buddel doch mal durch. Aber du bist ja gar nicht der Schöne. Nee, nee, du willst nix durch zu buddeln. Also höchst du mit der Hake. Oh. Was war das? Guck mal, ich muss ein bisschen Platz machen. Ach so. Das ist doch schon interessant, dass mit das dann nix macht. Hä? Doch, ich hab das Schild. Was für... Ich glaub, du hast ein Schild. Ah, okay. Über deine Lebensenergie. Der lädt schon wieder auf. Das könnte ne Erklärung sein. Da, da oben. Das ist der Ausgang. Aber hier ist was. Guck mal. Nee, das ist einfach nur anderer Stein. Aber einen Ausgang hat's immer. Ah, hier. Tatsächlich. Oh, guck mal, das ist für Nitrit irgendwie auch. Mehr Nitrit! Ich seh immer irgendwie gar nicht. Ich geh mal hier runter und... Drück halt immer öfter F und schmeiß mal deine Fackeln. Ich schmeiß. Moment. Ist ja schon cool hier gemacht. Unfassbar. Das tut's irgendwie dann eben doch ganz nett. Aber ich seh hier nirgends, was ich hacken könnte. Hier gibt's nix. Hier bei mir. Hörst du nicht diese großen Hackgeräusche von mir? Ist hier schon mit einem Fremder drin? Ne, das bist du. Doch, ich hör die Hackgeräusche. Aber ich würde gerne selber welche produzieren. Jetzt werde ich hier grad von Kollegen niedergerannt. So. Bisschen nieder habe ich mal abgeladen. Ach guck mal, wir können den Mule sogar als... Als Taxi. Treppe benutzen. Da. Lauf mal. Guck mal. Guck mal. Taxi. Geht tatsächlich. Los. Sag mal ein bisschen schlinderischer mit deinem F. F. Ich habe hier aber schon was runtergeschmissen. Hier unten haben wir Licht. Aha. Meins dein aber noch. Ja, aber die gehen irgendwann aus. Hier ist dafür wieder zappen. Ne, nein. Nein, dein ist aus. Was ist das? Meins leuchtet. Aha. Okay, das braucht man für die Supplies. Mit Trinitra. Das habe ich schon mal gelernt. Also, dass man die 5 drücken kann und dann kann man wieder... Ja, für den Flutscheinwerfer brauchst du, glaube ich, Gold. Aha, Gold haben wir ja auch eigentlich massiv gefunden und abgeladen. Aber das war in der letzten Mission. Das wird logischerweise wieder resetet. Das haben wir also nicht dabei. Aber das sieht schon anders aus, wie das andere Ding hier. Mit dem Gras drin. Oh, die macht irgendwas. Oh. Da bist du wieder am Vorlaufen und am Sterben. Irgendwas hat da unten Geräusche gemacht. Habe ich gehört. Ich droppe mal ein Live. Ich stelle hier mal eine Sentry hin. Ja, er dampft's. Oh, das schmeißt die mir die Zocken oben. Oh, das schmeißt die mir die Zocken oben. Alter, was ist das denn da? Ja, genau. Du bist die Gettling. Ich mach's tot. Das ist ja eine geile Waffe. Das ist ja ein riesengleich. Oh, du schießt richtig durch. Entweder er lädt grad nach oder irgendwas. Bin ich schon leer? Nein. Ah, der lädt nach. Das ist ja ne geile Waffe. Das ist ja ein riesengleich. sehr gut cool weil die coolen monster das ist ja eine monster waffe sehr schön komm mal zu mir wir gehen jetzt mal nach unten hinter diesen monster ok ich stecke die schütze auf es wird spannend wenn die musik anfängt und so ich brauche schütze auf jetzt du meine bürg ich habe eigentlich noch andere sachen einfach mal geschossen das hier los machen nicht machen sie ok schließen auf den arsch auf den arsch bist tot ich bin hier hochgeklettert gast tonnenweise neue ich bin gleich tot also muss das töte sie du darfst jetzt nicht sterben weil ich bin k.o. ach das sind die schnüre herzlich wenig machen guck mal da kommt noch was erhebt mich auf moment ich muss jetzt stehen hier auf weg mich auf wo bist du denn hier ich hebe ich habe den tod gefestet guck mal der war hier fest der beste fessler der welt hab ich gesehen wollte ich gar nicht aber hab zu mir oh was ist das warum dampft ich mach hier nochmal ja ich geh zurück zu den sentries das ist mir zu gefährlich das sind die explosionstypen die haben mich gerade getötet aber irgendwie warum dampft denn da das muss doch irgendwie ohne dampfen gehen ich habe noch 100 158 da kommen die raus kann man das nicht schließen daher das ist bestimmt so ein so ein loch ist das so ein ungutes vielleicht ist hier so ein nest tatsächlich sein ne hier ist nichts komm wir müssen da morgit abfahren wir haben hier ganz viele ressourcen noch mach mal ein seil da oben kannst du jetzt mal üben aber dann schon das müssen doch perfekt sein nein du hättest doch die wand dahinter nehmen können geht doch es geht na gut genau Mimimi Mimimi warte was war das denn irgendwas was war den tod irgendwas hat mich weg geballert was du warst ja wenn man abbaut und dabei auf dem geysir steht muss man sich nicht wundern wenn man stirbt da war ein geysir da war ein geysir Ach da, okay. Aber ich kann gut Schnüre legen. Unfassbar. Da haben wir sonst noch was. So, hier gehts runter. Das wollen wir mal schön bleiben lassen. Tu jetzt mal einen Supply-Pod, wenns geht. Also du holst den? Gut. Jo. Ich weiß nicht, ob du einen Supply-Pod hast. Oh, was steht denn da links? Ich hab's daraus versehen hier, das Saal genommen. Ich wollte gucken, ob ich das nur zusammen, also wieder einsacken kann. Ein Saal und rauskommt. Ein Saal. Doch, jetzt. Ne, doch nicht. Ah, cool. Ah, Press-Jump. Okay, wenns ist alles angeschrieben für Leute wie mich. Von diesem Press-Jump. Es dampft wieder. Ich hab, glaub ich, noch überhaupt nichts abgebaut. Kann das sein? Hier, nimm dir mal Leben und so. Wo war das gleich nochmal? Ah, ne, doch nicht. Ah, hier oben. Da ist mein Geiz. So, Resupply. Das ist immer gut. Wir resuppeln mal. Bis ich komm, bist du jeweils fertig. Mit abbauen. Ja. Hast du schon was abgebaut? Mindestens fünfmal unser Leben gerettet. Ich bin felsenfest überzeugt. Sehr gut. So. Oh, hier oben. Ist der Beste, heisi. Nehmen wir auch mal mit, Nitra. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ja, wie kann das sein, dass mein Zwerg gerade gemotzt hat? Weil den weggebrochen hat. Das ist auch mokiert. Ja, das kann sein. Ja, ja. Sind Zwerge, die sollen das mögen. Das müsste man eigentlich schon meinen. Ja, genau. Irgendwie sind die Zwerge auch nicht mehr das, was immer früher war. So. Ja. Ne, damals war alles besser. Kannst du noch irgendwo was, was man abbauen könnte? Wo bist du denn? Ich sehe ihn wieder nicht. Halt. Aufpassen. Ich bin beim Mule. Und das wäre? Ach, da hinten. So, ich glaube wir sind hier durch. So. Weiter in welche Richtung? Okay, ich glaube wir können weiter gehen, heisi. Jetzt wird er runter. Der war einfach. Der war einfach. Der war einfach. Der wurde das Seil hinter dem Geysir. Oh, was war das? Das war ein Wurm. Falls eine Welle kommt oder von uns, gehen wir mal ein Stück zurück und dann baue ich da mindestens ein Geschütze auf. Das ist wirklich... Oh, hier ist hübsch. Guck mal, das sieht cool aus, ne? Deine Lampen sind auf jeden Fall viel besser. Das wundert niemanden. Also immer schön spammen, immer werfen. Kann man von denen... Ah, von denen habe ich doch ein paar. Ja, ja. Ja, die laden sich aus. Ja, ja. Die laden sich immer wieder aus. Ach, dann wollen wir... Ach, das hier ist Heilung. Das ist Heilung. Du kannst es abbauen, dann kannst du dich heilen. Ja, sehr gut. Oh. Das Gold. Da. Da ist immer relativ. Oh, da unten ist... Ui, da unten steht... Da, wo ich hingeschossen habe. Ein Riesenteil steht da unten. So als kleine Vorwarnung. War mein Rüstus sentry in? Vielleicht muss man das... Vielleicht muss man das erst aktivieren. Das sollte abbauen. Ich bin zu klein. Das ist wahrscheinlich etwas, was ein Zwerg schon öfters mal gesagt hat. Nicht groß genug. Es gibt nicht zu klein. Es gibt nur... Nein. 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 Nicht groß. Zu groß. Ja. Wir haben die perfekte Größe, Heisi. Beschwer dich nicht. Wir sollten stolz auf unsere Zwergengröße sein. Das könnte natürlich auch ein Grund sein. So. Jetzt nochmal hier runter. Oh. Moment. Da kommt einer. Der ist aber schon in Vergangenheit. Das ist schon mal beruhigend. Oh, da ist noch einer. Du hast den Gendling ja nicht. Ich glaube, du kannst auf dich aufpassen. Nein. Wo haben wir das Supply? Irgendwo weiter hinten? Ja, das ist weiter hinten. Moly. Okay. Unter uns. Wie leinen eigentlich? Da, guck mal. Moly. Das Riesental da. Siehst es? Aber das ist irgendwie... Das macht grad nichts. Meinst du? Das ist tot. Aber wer hat das getötet? Nein, das ist tot. Das ist die Frage. Oh. Explosions-Beppos. Kommen sie wieder alle. Oh. Sie kommen von überall. Oh scheiße. Oh, das ist ein Großer. Ja. Oh, das ist ein Großer. Gar nicht gesehen. Okay, die hätten wir aber so weit alle. Jetzt bräuchte ich aber tatsächlich mal wieder ein bisschen Muni. Hast du die Heilung und Muni benutzt vom Supply Tipo? Ja. Vom alten? Ja, doch, doch. Hast du dich da aufgeladen? Ne, dann okay. Das hat immer zweimal Muni, zweimal Heilung. Aber ich hab auch benutzt, das ist leer. Okay, holst du nochmal eins? Oder soll ich? Wir brauchen dafür 90 Nitra. Ach, dann kann ich auch nicht. Wir haben 65. Das ist allerdings dann eher negativ. Kommen wir einfach mal ein paar Leuchtdinger hier rein. Wir brauchen Nitra und so. Jetzt hab ich keine Leuchtdinger mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, die brauchen ja mal ne Zeit, bis die aufgeladen sind. Moment, da hinten können wir landen. Ist gut. Krieg mit. Oh, Robby kommt da auf. Am Kind herren. Gehen wir hier auf die andere Seite, dann sind wir auf dem Plateau. Für das kleine Ding, so riesen Gatling. Auf die Löppchen drücken und weg sind sie. Schön. Ich guck hier trotzdem mal nochmal ein bisschen. Ja, kannst du ja machen. Ich mach das hier gerade. So, falls wir wieder den Wänden entlang kommen. Da oben ist nochmal so ein Viech, was aber auch irgendwie tot ist. Ich hoffe nicht, dass das aufwacht. Äh, wenn wir dann in der Nähe sind. Das ist wirklich Not. Da, jetzt haben wir... Wie viel brauchen wir von Nitra? 90. Immer 200. Achso, Nitra, ja. Das heißt, wir könnten nochmal so ein Teil holen eigentlich. Macht das Sinn? Ne, die wachen nicht auf. Du kannst die kaputt hacken. Die sind ja wie versteinert. Okay. Glück. Ob das ein Bug ist? Komm mal Licht. Guck mal, was das für ein Apparat ist hier. Nein. Das ist kein Bug. Das ist... hoffentlich keiner. Das sind sogar zwei Apparate. Das könnte man nicht... Ja. Aber warum wurden die versteinert? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Leuchtet irgendwas. Ach, das war dein Leuchting. Oh, Moment. Hier ist ein Teil. Guck mal, was denn hier runtergefallen ist? Der war ein Teil. Ach, das sind alles unsere Flares. Was ist... Was ist denn hier runtergefallen? Alle den Abhang runter. Ach, da ist ein Mokit. Da oben. Gar nicht... Gar nicht gesinkt. Hier sind liberal diese versteinerten Teile. Der klingt ein bisschen wie R2-D2. R... R2-D2. 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 Der war ein Schweizerdeutsch. Oder was hab ich gesagt? Hat schon gestimmt. War falsch betont. M-hm. Schweizerdeutsch. so, ich hämmer mal ein bisschen, wo du hämmerst. Ja, sehr gut. Und ich suche mal weiter. Gold. Wunderbar. Wie viel brauchen wir denn noch? ja noch 60 bist du gehört ja ich mache stufen er müssten weiter gehen ich habe mich gerade erschrocken hier ja ja der kommt schon in die nähe das grüne ding schießen wo ist denn jetzt hinko irgendwie da muss in der nähe sein der ist ein anderer da kommt er ja ich möchte nur auf dem grünen ding alles andere hilft nicht wenn der natürlich auf mich zugerangen kommt wird schwierig da ich bin ins gift rein schnell weg ich habe eine plattform hingesetzt er auch sehr intelligent da hinten ist noch mal licht du das nein wir könnten jetzt diesen diesen recht gut gebraucht hätte ich doch wo brauchst du die von da oben wo du jetzt bist komm mal hallo ich habe hier komplett keine orientierung da wo die schüsse und explosionen herkommen soll ich mal reinholzen da bin ich tot wenn ich runterfahre möchtest du da ein seil runter haben die sind jetzt tot ja du kannst doch von da oben wo du bist hier ein seil hin machen genau ja da kommt was großes weg sehr gut hat es auch noch mal an ihr das geht hier man wir bräuchten du kannst nur supply rufen oder scheinwerfer scheinwerfer holen wie kann ich scheinwerfer holen steht das supply oder steht da flut light ok möchtest du ne flut flight flut light steht hier ne 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 ja cool dann machen wir hier ein flutlicht wo ich bin hier unten taschenlampe licht unten hier echt eine ganz falsche richtung bei dir unten glaubt schon ich komme wieder eine richtung von dem kabel hier da ist er doch ok so hier war mal hier ein flutlicht hin hier unten in die höhle hatte hier hier einmal jetzt sehen wir was in den wänden ist man kennt ja hier nix in kommen wir gehen ein bisschen zurück weil ich glaube ich gold ok flutlicht hat gewisse qualitäten muss man sagen ja gleich mal wieder laden das hätten wir auch in der einhöhle benutzen können uns wüsste das muss man halt irgendwie ist aber auch gar nix hieß nix du müssen irgendwelche löcher ach so was sind die von den supply drops holt oben geht es weiter hier bei mir irgendwas was auch was soll ich was war das nick oben steht mit nitra mich schon abgebaut wir müssten um lanck hier respect wo ist bei dir hier ja unten gucken wir siehst du nicht mit die kann man lang glücks für dieses gruppe jahre ran orientiert ok dass ich freue mich sonst immer wieder weiss wo irgendwann müssten einfach immer den kaputten Steinen hinterher. Einfach immer noch sowas suchen. Da geht es doch schon weiter. Mit neuen, konterbunten Überraschungen dahinter. Oh, Moment. Oh, da kommt schon was. Ich setze mir eine Stendree in. Okay, Freie tot. Oh, da kommt die Mama. Da. Wo? Bei dir da oben hast du. Ich glaube, die Mama wird größer sein als das. Dann war es nicht die Mama. Okay, dann war es der große Bruder. Vermutlich. Siehste, komm. Er hat komm her gesagt. Und weiter runter. Komm her. Ja, komm her oder komm her. Das ist das Gleiche. Ich sehe nichts. Da liegt doch eine schöne Fakte. Bin ich blind oder was? Ach so, zum Abbau her. Ich sehe halt nichts, wo was ist. Er schmeißt sie auch sehr angenehm. Siehste nix. Aus der Hüfte raus. Da ist was Rotes. Ah ja, okay. Geil, das ist Heilung. Da könnte man eigentlich auch mal mit der Pistole. So, dann verschwendet man wenigstens nicht die ganze Muni. Mann, das geht aber tief runter. Ich habe schon ein bisschen Angst gerade. Da muss die Mama. Hinten leuchtet was. Ah, jetzt setzen wir hier auch noch angeschützt hin. Puh, was hast du hier? Ah, hier, guck mal hier. Oh, guck mal das. Teil hier, das. Was kommt da denn gerade? Das schießende Ding, das ist was für dich. Wie, dieses bisschen. Keine Ahnung. Kommt da noch mehr? Aus der Heilung hier unten war doch so ein Stein. Nee, nee. Also irgendwas ist da hinten drinnen, was? Ja, das ist dieses große schießende Ding, was wir schon mal getötet haben. Müssen wir das erledigen oder können wir dem irgendwie? Können wir es umgeben? Ich glaube, wir müssen das erledigen. Wie wäre es mit abbauen oder soll ich das alleine machen? Wo soll ich denn abbauen? Die großen glitzenden Sachen hier. Da, guck mal, da ist Gold. Wo Glitzer sind? Ich sehe das nicht, das Zeug. Da, wo ich bin. Du guckst mich an und dann guckst du, wo mein Charakter hinguckt. Aber jetzt ist immer wieder noch Feinde. Und ich komme da gar nicht hoch. Wie kommst du denn hier hoch? Hm. Oh. Aha, so kommt man hoch. Das ist doch... Das ist doch eine Antwort. Aber irgendwie höre ich hier... So. ...hässliche Sachen. So, einmal klopfen. Ihhh, was ist das denn? Weg damit! Bäh! Ah, komm mal nicht hoch. Oh, das... Weiß ich. Spitzball-Infektor tot. Au! Watt! Yeah! Das giftig, das blaue Zeug. Machen wir... Machen wir mal... Machen wir hier ein Flutlicht hin. Geht das? Oder... Ich habe kein Gold mehr dafür. Doch. Würde gehen. Äh, 40 Gold. Ne, wir haben genau ein Gold zu wenig. Warte, ich habe noch Gold, warte? Okay, wo möchtest du es haben? Einfach auch hier, da wo du bist. Okay. Finde ich cool. Ja, das hat schon was Nettes. Ja. Okay, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Bisschen lang. Sollen wir ein Päuschen machen und den Rest in die nächste Folge? Nee, das schaffen wir. Ist jetzt vorbei. Wir müssen jetzt zurück. Ich krieg... Nein, ich schaff nicht. Wir haben doch nur maximal 5 Uhr Zeit. Weil meine Transport-Filo vor Augen lang sind. Ja. Aber eben, Mann. Ihr Heisenberg-Zuschauer soll nicht rumjammeln. Warum muss er nicht alles an einem Stück gucken? Man kann ja Pause drücken. Ich sehe das Problem auch, aber jeweils nicht wirklich. Also, bei mir motzen wir mal rum, dass sie zu kurz sind. Man kann's machen. So, wir müssen los, Heisenberg. Oh, da kommen die ganzen... Kommen Sie mit, Heisenberg. Nee, ich renne. Jetzt nicht mehr stehen bleiben. Du guckst jetzt immer auf mich. Für mich bin ich schneller wie du. Wie kann das sein? Vermutlich. Träumst. Gut, dass du Wege Schütze aufgebaut hast. Ja, wir helfen jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen. Hier oben haben wir, glaube ich, auch noch eins. Man könnte mich doch glatt Beleuchtikus nennen. Ja. Der Beleuchtikus? Ja, jetzt geht's wieder nicht mehr. Arg. Oh ja. So findest du den Weg so gut. Das ist ein Tunnel, der geht nur in eine Richtung, Heisenberg. Ich weiß auch nicht mehr, was wir alles geschraubt haben. Eine Richtung. Ich bin wieder verdrängt. Bats. Kommentarlos. Bats. Bats. Bömer. Das ist was für dich. Wow. Hat gerade noch ein Loch gesprengt. Wie nett. Ich... Moment, ich hänge. Willst du nicht runterfallen? Ich hänge hier fest. Ja, jetzt. Nicht runterfallen. Okay. Wo bist du? Da vorne? Okay. Sehr gut. Das ist natürlich irgendwie dankbar, so ein Spiel zu machen, weil... Du kannst nicht... Ja, wie soll ich sagen? Es kann keine Glitches geben, in dem Sinn, dass du irgendwo festhängst. Weil dann schaufeln sie dich halt frei. Ja, ja. Das ist natürlich schon besser wie... Dann kannst du alles kaputt machen, ja. Wenn du halt ein Spiel hast, wo das an jeder Ecke passieren kann. Also so für den Hersteller, meine ich. Ey, was denn? G-G-G-G-Irm-Was? Oh! Es... Macht... Macht Geräusche. Kommen sie. Nur nicht runterfallen, das macht Kurven. Was für Kurven? Ach, das Ding hier macht Kurven. Okay, ich dachte, dass... Ich dachte, dass runterfallen... Also was, Kurven? Also was, Kurven? Three minutes. We are incoming. Da ist es doch. Mully ist auch schon drin. Wo ist der Eingang? The Mule has docked. Initiating launch sequence. Was? Warte doch. Guck mal, vor die lange Treppe. Ah. Was guter Eisberg. Ich komme. Oh, Jörg, schießt oben. Schnell rein. Retrieving escape, buddy. Boah. Ich habe einfach... Yay! Das wäre eine kurze Folge gewesen, wenn wir ihn auf Hause gemacht hätten. Ja, im Zweifelsfall auf alte Mal. Das wäre cool. Auf alte Mal. Auf alte Mal. Kann nicht so falsch sein. Alte Mal. Das dauert 30 Minuten. Nicht schlecht. Ja, gut. Nie falsch. Würde ich sagen. Ja, das war eine Folge Deep Rock. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Vielleicht sind wir mal dann... Müssen wir mal gucken. Bis dann. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. Sehr gut. Haut rein, Leute. Ja, zwei Mal. Tschüss. Ja, zwei Mal. Da geht's zu lista. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. concentrate.